Der kommt wirklich hier hoch. Und ich gehe nicht raus, bis ich fertig bin. Ich gehe nicht raus, bis ich fertig bin. Ja, komm, kill mich. Do it. Sag mal, willst du mich verarschen jetzt? Okay. Oh, nein. Okay. 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 Ich glaube, es ist etwas Besonderes in all of us. Mit True Inner Strength, du kannst sogar sogar deine größten Herausforderungen. Du musst nur glauben in dir und sein ehrliches, Motivated und, vor allem, wer du wirklich bist. Achso, und der ist jetzt weg. Das war alles. Wo ist der hin? Weitergelaufen zum Nächsten oder was? Der ist noch da. Weiter. 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 Okay. Na. Da. 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 Du bist im Studio, entweder du bist in jemandem, oder du bist jemandem in deinem. Ich wollte einfach das, was für mich war. Ich wollte es einfach so schön sein. Wahrscheinlich, du kannst das verstehen. Henry, warum bist du hier? Wir alle sterben, um herauszufinden. Du bist einfach der Terror von der Droppe in der Hell? Denn wenn das der Fall ist, hang auf die Zeit. Ich habe eine Überraschung. Uh oh. Oh oh. Die taucht doch gleich irgendwo auf. Die taucht irgendwo auf und schlägt mich aus dem Wagen. Boris! Oh no, was hat sie gemacht? Ich bin zu dir. Hahaha! Meet the new and improved Boris! Ich bin was, und in zurück, ich hab ihn so viel mehr! Und dieser Zeit, There's no weakness, no escape. Forrest, tear him apart! Leave nothing! Allah! Oh! Uh, leck mich doch! Oh, leck mich doch! Nein! Ich verstehe schon... Aua! Alter, ich bohr es! Jau, was soll ich denn da machen dagegen? Hä? Boah, Junge! Boah, Junge! Wahrscheinlich, Alter! Na komm! Boah, Junge! Verstehe, ich trage, ich es! Warte! Warte! Oh! Verstehe, ich trage! Oh! 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 No! No, no, no! Why can't you ever just die? Okay. Bye! Hi Alice! Ich habe mich schon gefragt, wann die auftauchen. Die kennen wir ja noch aus dem zweiten Teil. Also, kennen wir dann. Kapitel 5, die letzte Rolle. Ja, das mache ich aber morgen. Alice! Ich weiß diese Song. Jeder kennt diese Song. Wer bist du? Warum bist du hier? Ich wurde von einem alten Freund. Und jetzt kann ich nicht weg. Moment. Ja, das ist das. Dann wissen wir mehr als wir. Wir wissen nicht nur, wir haben. Wir sind nur, Gedanken. Und das nächste Mal. Dieses Ort. Was du mich jetzt aus? Hier sind nicht guter Dinge. Wie können wir glauben? Wir wissen nicht, was du bist. Mein Name ist Henry. Ich habe hier gearbeitet. Ich... Ich weiß ehrlich nicht meinen Namen. Also, sie kenne mich Alice. Aber ich bin kein Angel. Du gehst zurück und resten. Wir sprechen später wieder. Die kennen mich nicht. Ich bin doch einer der Erfinder, oder? Mitunter. Oder? Es ist nur für ein paar Stunden. Keine Mühe, keine Angst. Ich gehe nicht weit. Nur bis zum Level 6. Bleib einfach hier. Bleib auf Henry, okay? Ich werde so schnell zurück, wie ich kann. Ich versuche. Du gehst auf sich. Alter. Ok. Henry. Hier. Du musst dich getrennt. Das ist alles, was wir haben. Alter. Was für ein Assi. I know you're watching me. It's just... a little creepy. You're the one that writes on the walls. We all do. For some poor souls down here, it's the only way they can be heard. But you don't want to touch the ink for too long. It can claim you, pull you back. That's how I met Tom. I was messing with things I shouldn't have been, and he... He was there. Why do you call him Tom? He just seems to respond to it. Well, I don't think he's very fond of me. Let me show you something. A while back, I was mapping out one of the upper levels, when I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message. Right there, in plain sight. So, I kept looking, and found more and more messages everywhere in the studio. But you can't see them with your eyes. Only through this. Take a look. I don't know who's leaving them, but I think they know how to get out of here. Where does it all lead to? She will leave you for dead. Nowhere. I've followed them for a long time. Just leads me in circles. I don't think I meant to leave this place, Henry. But maybe... You are. Alice. Please let me out of here. Tom thinks you're dangerous. And what do you think? I... I think... You're the hope I've been waiting for. Go to sleep. Maybe tomorrow will be better. Maybe. That was really stupid, Tom. You shouldn't have gone out there. Now that he's seen you, it's only a matter of time before he finds us here. We can't just leave him. Not with the ink demon right outside the door. What's going on? He's coming. We have to move on. Tom, we have to let him out. I'm sorry. Hä? Alter, den krieg ich noch, den Spacken. Warte mal, ich geh wieder auf dem Haus. Einstellungen. Äh... 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 Option. Fortgeschritten. Vollbild. Blooming mach ich aus. So. Wow, das schaut doch plötzlich ganz anders aus, das Spiel. Ich mach's nochmal an. Ja, okay. Blooming ist vielleicht auch besser. Alter, muss ich jetzt die Maustaste nehmen? Ne, warte mal. E, glaub ich, ne? Hä? Oh. 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 Oh, nice. Das ist all we have. Hier ist noch viel mehr gewesen. Na, super. Könnte ich hier noch irgendwo speichern? Dann würde ich jetzt Feierabend machen erst mal. Oh! Toll, da gehen sie. Alter! Sag mal. Wie soll ich denn da reinkommen? Hä? 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 Ja! Oh! Jetzt? Ah! Du musst es halten. Sounds like something's stuck in the paddle wheel. No way. No way. Geh weg! Geh weg, du Spaten! Gut, es geht eigentlich ganz gut so, ne? Aber wieso fahren wir jetzt weiter, obwohl die anderen zwei schon stehen geblieben sind? Ich dachte, wir müssen denen folgen. Sehr cool gemacht. Sehr, sehr nice gemacht. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Und weiter! Alter! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Alter. Hat aber nichts zu heißen. Hä? Was zur Hölle? I'm going to cut that smile right off your face! I'm going to cut that smile right off your face! He said he'd save me. He said he'd set me free. Now I have nothing! Nothing! We are all okay. No! Don't look at me! Stay away! You lied to me! You said I'd be free! Well, I'm going to feed you now! Free your head right off your shoulders! Sheep, sheep, sheep! It's time for sleep! Ah, that was close. You're lucky we were in the neighborhood. She was somewhere else. Was that him? I don't think so. The Searchers and the lost ones built this place. Sammy must have been keeping them at bay. Now that he's gone. Looks like we're in for a fight. Get ready! Watch out! Here they come! Go back to your puddles! Alter! 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 I've never seen this many before! Get away from me! Okay. I need to run away from the mirror. We can do this! Keep fighting! I need to run away from the mirror. I have to run away from the mirror. I need to run away from the mirror. One, two, three, four! I can't pull out the mask. I need to pull out the mask. Nein, das war eine 2-Madee! Irgendwas falsch? Find einen neuen Ausgang! Ach so, das Ding! Wollt ihr mich verarschen? Nein! Alter, ich will doch einfach nur dieses Level beenden und speichern! Oh! 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 Leute 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 Ich habe nie so viele gesehen bevor Alter Was ist denn der schon wieder für eine Scheiße Wat für ein Ausgang alter Woher Leute OhAlso Woher Leute Nein, Ausgang. I've never seen this many before! Just wait for me! We can do this! Keep fighting! Das war nix! Alter! Jetzt geh doch mal da rein, Alter! Sag mal, was soll ich denn hier machen? Ich schau jetzt einfach nach, ist mir egal. Es ist mir jetzt viel zu anstrengend. Ich schau jetzt mal. Ich schau jetzt mal. Ich schau jetzt mal. Ich schau jetzt mal. Ich schau jetzt mal alle von ihnen. Aber du wirst nie wissen, woher sie rauskriegen. Hä? Was? Wahrscheinlich besser, wenn wir zusammen bleiben. Henry? Ich glaube, du kannst den Weg führen? Ich schau jetzt mal. Gjau. Ich schau jetzt mal. Das ist interessant. Oh! Oh! Progress report to Chet's Home Office. Client, Joey Drew Studios. Although we're making progress, their client's expectations will be changed. X-Zion. Aber woher? It's inside the vault. Ja, danke! Let's go! Trägt mir halt nix, weil hier alles geflutet ist. Hm. What the hell? Oh my god. You better get over here.